Martin, was kann ich sagen? Heute ist der 12. Dezember. Was tun wir denn heute? Der fährt mir fast zum Edekon-Mittermeier auf Gärtnern, weil ich brauche es zum Leckern machen. Stimmt, genau das dürfen wir machen. Guten Tag, grüßt euch. Grüß euch, hallo, ich freue mich, dass du so hattest. Musik 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 Vielen Dank.